Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun, oh Seele-Mut. Kämpfe für den Sieg über Dunkelheit. Folge deinem Traum von Gerechtigkeit. Sabine Wohlmann und Frau Ines Winter. Ich bin Cecile von Kaze. Das sind die zwei Stimmen von Bernie und ich glaube, das ist ein Applaus wert. Genau. Normalerweise hätte hier die erste Episode laufen, aber wir starten jetzt direkt mit den Fragen. Und ich bin sicher, es gibt eine Menge davon. Also, wer ist der Mutige, der die erste Frage stellen möchte? Dann komme ich zu ihm oder zu ihr mit dem Mikrofon. Das ist Französisch. Eine hier. Hallo. Ich wüsste gerne, dass Selamon war ja jetzt seit Jahren so ein bisschen von der Bildfläche versprungen. Und wenn man, so wie ich, mit Selamon groß geworden ist, entdeckt man ja nach 15, 16 Jahren die Charaktere irgendwie nochmal komplett neu. Gibt es bei Ihnen auch so Situationen oder generell Aspekte der Geschichte, wo Sie sagen, hey, das ist jetzt nochmal irgendwie ganz anders als früher? Also, ich habe jetzt eigentlich erst ein bisschen zu spät mitbekommen, dass es wieder lief und habe dann jetzt noch nicht eine Folge gesehen. Und was mir einfach wahnsinnig aufgefallen ist, wenn man es mit so einem Abstand sieht. Also, ich habe ja die erste Staffel gesprochen und es ist 18 Jahre her. Und mir ist einfach wahnsinnig aufgefallen, wie man auch die eigene Stimme, wie sich die doch auch in 18 Jahren verändert. Und das fand ich sehr erstaunlich. Ich habe es jetzt noch gar nicht neu verfolgt, muss ich sagen. Ich habe nichts davon gesehen, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Ich habe neulich mal eben im Internet mir eine Folge angeschaut und dann habe ich mir schon auch gedacht, schon nie gesehen. Ja, schon ein paar Jahre ins Land gezogen seitdem. Und man hat natürlich auch vergessen, wer alles mitgesprochen hat. Das fand ich so nett, weil man auf einmal die ganzen Kollegen wieder erkannt hat, ach, der hat auch, ach, der war damals auch dabei. Und man erkennt natürlich die ganzen Stimmen und dann freut man sich, die auch wiederzuhören. Die nächste Frage. Gibt es Parate-Eigenschaften, die Sie sagen, wo Sie sagen würden, die teilen es mit Bunny? Ja. Ganz definitiv ja. Die Schusslichkeit. Eigentlich sind das Eigenschaften, die wir alle haben. Und jeder von uns will doch auch mal heimlich im Alltagsdress ausziehen und zum Krieger werden. Das haben wir doch alle in uns. Also absolut ja, natürlich. Ich habe schon von irgendwo anders gehört. Also wenn ich zu Hause putze, dann werde ich so zum Krieger. Dann verwandle ich mich und dann nehme ich den Besen. Und dann denke ich mir, Besen, flieg und sieg! Und manchmal siege ich auch, aber nicht immer gegen die Kräfte des bösen Robo-Ex. Und dann denke ich mir, Besen, wie es ist, 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 wie es ist. In Japan soll jetzt nochmal eine neue Anime-Serie anlaufen und falls sie dann irgendwann nochmal auf Deutsch erscheinen sollte, würden Sie dann die Gelegenheit nochmal nutzen wollen und die Saki nochmal sprechen wollen? Ja, da haben wir uns vorher auch schon drüber unterhalten, weil wir einfach uns gefragt haben, wer wird es dann eigentlich machen, weil wir ja beide sehr viele Folgen gesprochen haben. Und ich hatte ja eine ganz tolle Idee, die fandst du aber nicht so toll, Ines, gell? Ja, nee, also ich möchte das so nicht machen, aber bitte erzähl sie doch mal, sie ist spannend genug. Meine Idee war, man kann ja bei den DVDs immer anwählen, Deutsch, Englisch, Türkisch oder wie auch immer. Und meine Idee war, wir sprechen die einfach beide und dann kann man anwählen, ob man lieber sich das jetzt mit Ines Günther anhören möchte oder mit Sabine Buhlmann. So, das war jetzt die Idee von der Sabine, die ich schon ganz lustig finde, aber ich stelle mir das anders vor. Ich finde, die Sabine spricht sie weiter und ich führe die Dialogregie. Seid ihr damit einverstanden? Wer möchte noch eine Frage stellen? Ah, wieder ganz hinten und nach rechts. Ich finde die Figuren toll. Waren Sie denn damals oft heiser? Weil die Stimme ist ja sehr hoch von Bani Zokido. Und ja, waren Sie da oft heiser? Nein. Nein. Also, wir sind ja auch Schauspieler und wir haben beide eine Sprecherziehung gemacht. Das ist im Rahmen der Schauspielausbildung. Und da lernt man das schon mit der Stimme so umzugehen, dass man das machen kann. Das strengt einen zwar schon an, aber heiser war ich zumindest nicht. Das glaube ich auch nicht, oder? Also, ich war eigentlich in allen Jahren, seitdem ich synchronisiere. Ich glaube, ich behalte einmal eine Stimmbänderentzündung und es kam aber nicht durchsprechen. Es kam einfach eine normale Erkältung, die sich dann verschleppt. Und dann wird es natürlich ein bisschen gefährlicher, wenn man dann auf eine Erkältung spricht und spricht und spricht jeden Tag. Aber so ist es wirklich so, dass die Stimme es auch gewöhnt ist. Und man kann auch Stimmübungen machen, damit die Stimme... Also, es ist auch so, man sollte auch ein paar Stimmübungen immer mal wieder machen. Weil es ist wie wenn ein Sportler einfach, ein Fußballer einfach ohne sich aufzuwärmen aufs Feld geht. Deswegen, wenn ich zur Arbeit fahre, dann mache ich morgens so ein paar Stimmübungen, Sprechübungen, damit die Stimme so ein bisschen warm wird. Herzlichen Dank. Ich bin ja auch Selamon-Fan der ersten Stunde. Und im Vergleich zu anderen Serien, die damals gelaufen sind, ist ja bei Selamon Bunny ein sehr emotionaler Charakter. Und eben auch sehr, wie soll ich sagen, exzentrisch. Und mich würde dann auch immer interessieren, war das schwer für Sie, diese Umstellung und einfach diese Art von Bunny darzustellen, zu sprechen? Also dazu muss ich sagen, es war ja eigentlich damals wirklich eine der ersten Animes oder überhaupt die erste, glaube ich, so in der Art. Und wir nicht so wussten, wie läuft das eigentlich, oder jetzt weiß man ja auch, wie man das zu synchronisieren hat. Man kennt das jetzt, aber es war damals wirklich sehr neu für uns. Und ich muss gestehen, dass wir manchmal im Studio standen, alle, und gerade bei ihren Ausbrüchen, wenn sie dann irgendwie... Und einmal kam irgendwie, hat sie kein Gesicht gehabt, dann hat sie ein Gesicht gehabt, dann hat sie einen Tropfen vor dem Gesicht gehabt, dann hat sie so eine große Sprechblase, keine Ahnung, mit irgendwelchen Zeichen gehabt. Und da standen wir ganz oft im Studio und sagten, hä, was ist das denn? Was macht die denn da? Und mit der Zeit hat man sich da dran gewöhnt und dann hat man sich eigentlich schon wieder auf diese Ausbrüche gefreut. Also ich habe mich darauf gefreut, weil ich immer gedacht habe, sowas kann ich nirgendwo anders spielen. Also bei keiner Realserie kann man so verrückte Dinge tun, wie bei diesen Animes. Ja, die Sabine hat ja eigentlich schon alles gesagt. Ich bringe es jetzt nochmal auf den Punkt. Man kann sich richtig austoben. In jeder Beziehung, im Unglück, im Glück, im Tapfersein, im Kriegerischsein. Alles Dinge, die man normalerweise auf der Straße nicht machen kann oder die man in der Familie auch nur begrenzt, sage ich mal, machen kann. Man kann da wirklich, um es jetzt mal hart auszudrücken, die Sau rauslassen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Hallo erstmal, also mir geht es vor allem um die Zeit danach. Also Sailor Moon ist ja für viele gemeinsam mit Dragon Ball so eine Kult-Serie einfach geworden. Also das sind Serien, die tragen sich immer weiter, auch wenn sie jetzt schon jahrelang nicht mehr gelaufen sind. Meine Frage wäre jetzt, wie haben Sie das so erlebt, die Zeit danach, als Sailor Moon dann gelaufen ist und jeder kannte es dann. Wie war das dann für Sie, gerade weil auch immer wieder Cosplayer sind überall und wie war das für Sie? Na ja, für mich war das schon in allererster Linie. Natürlich, also man spricht ja nicht nur Sailor Moon, sondern ganz viele andere Sachen. Also Sailor Moon ist ja ein ganz kleiner Teil von seiner Arbeit so im ganzen Jahr. Und man spricht dann auch jeden Tag was anderes oder jede Woche wieder was anderes. Und man kriegt es am Anfang gar nicht so, also wir haben es glaube ich gar nicht so mitbekommen am Anfang, dass es dann so ein Kult eigentlich auch geworden ist. Und auf einmal kriegt man eine Fanpost und wir Synchronsprecher sind da nicht sehr verwöhnt, weil normalerweise sich nämlich eigentlich kaum jemand dafür interessiert, was ein Synchronsprecher macht oder man kennt auch die Synchronsprecher kaum mit Namen. Es sei denn, man setzt sich mal hin und man sucht das wirklich raus. Man interessiert sich wirklich, es sind ganz wenige eigentlich nur. Und auf einmal kriegt man einen Fanbrief mit irgendjemandem, der eine Sailor Moon gemalt hat und sagt, ich fand sie toll und ich finde ihre Stimme toll. Und dann freut man sich schon sehr, dass es einfach auch ein bisschen Anerkennung ist für das, was man macht. Die nächste Frage kommt, das ist unter Wilkes. Auch von mir, hallo. Vor 18 Jahren, als Sailor Moon zum ersten Mal deutsch synchronisiert wurde, war Anime ja eigentlich eher ein Fremdwort in Deutschland. Wie sind Sie als Sprecher an dieser Rolle herangegangen? Mit welchen Erwartungen oder mit welchen Gedanken haben Sie dieses Projekt aufgenommen? Also Erwartungen hat man eigentlich jetzt... Also man geht eigentlich in so ein Projekt mit irgendwelchen Erwartungen, weil es ist wirklich für uns ein Beruf und wir gehen zu Probesprechen und jeder spricht da drauf und dann bekommt einer die Rolle und die anderen eben nicht. Die bekommen dann die nächste Rolle oder es ist erstmal ein ganz normaler Job eigentlich. Und man freut sich aber natürlich über jede Rolle, die man so bekommt und spricht dann erstmal und merkt dann erst im Laufe der Zeit, ist es jetzt eigentlich was, was gut am Publikum ankommt oder ist es was, wo kein Mensch sich dafür interessiert? Ja. Ja. Man geht ins Studio und weiß natürlich erstmal gar nicht so genau, was für ein Charakter da auf einen zukommt und man muss sich das langsam auch so ein bisschen ertasten. Und irgendwann ist man dann gut Freund damit und dann ist es aber eigentlich... Dann macht man sich auch schon keine Gedanken mehr, weil dann hat man es einfach im Griff, dann kennt man die Rolle, dann mag man die Rolle. Und ja, vorher wird da gar nicht so viel gemacht, sag ich mal. Das ist einfacher zu erreichen. Ich hätte da noch eine Frage. Sailor Moon war ja damals ein recht neues Konzept, das gab sicherlich schon andere Serien in Deutschland, die ebenfalls von Episode zu Episode in der Handlung vorangegangen sind. Das heißt, die Figuren haben sich auch entwickelt und nicht wie bei diversen anderen, beispielsweise Disney-Konzepten, also irgendwie in ihrer Totenzeitzone immer wieder neue Abenteuer erleben. Hat das über die Zeit hinweg, wenn man mehrere Folgen aufnimmt, auch Einfluss auf die Arbeit als Grundsprecher, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt und sagt, meine Figur ist gewachsen, jetzt muss ich auch irgendwie die Art, was mit der Stimmung umgehen muss, also nochmal neu definieren? Also ich kann jetzt da nur für mich sprechen. Ich lasse mich grundsätzlich vom Bild in dem Moment, wo ich es sehe, inspirieren. Ich nehme das auf, ich nehme die Situation auf und dann kommt das aus mir raus. Also inwiefern da irgendwas gewachsen ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich mache das in dem Moment, ich höre das Original natürlich und ich sehe die Situation, ich nehme die auf und dann reagiere ich darauf. Zu dem Thema ist mir gerade eingefallen, dass die Ines und ich noch eine andere, eigentlich glaube ich die allererste Anime synchronisiert haben, beziehungsweise zusammengearbeitet haben, und zwar hieß die Georgie. Stimmt. Und die Ines hat damals die Bücher gemacht und Regie und ich habe Georgie gesprochen. Und Georgie war jetzt wirklich so eine Rolle, die fing praktisch als Fünfjährige an und ich weiß nicht, wie viele Folgen es waren, 50 Folgen oder keine Ahnung. Und am Schluss hat sie geheiratet und war erwachsen. Und das war natürlich toll, weil man ist natürlich mit dieser Rolle mitgewachsen und für mich war das halt auch total spannend, weil ich konnte ganz am Anfang hier so sprechen und dann etwas erwachsener werden, bis ich am Schluss fast mit meiner normalen Stimme gesprochen habe. Und da kann man natürlich einfach schauen, was das Bild hergibt und dann ansprechen. Also, mit den 200 Folgen, die ja von Selamun gedreht wurden, haben sie da dann am Ende sich auch gedacht, ja schade, dass es jetzt vorbei ist. Also, ob sie dann halt mit diesem Charakter-Bunny dann schon irgendwie so rumgeführt haben. Ja, klar. Also, das ist aber bei den, ich würde sagen, bei 97% aller Projekten, das Projekt ist so, dass man Rollen dann schwer loslassen kann. Also, nicht wirklich schwer. Es dauert halt so einen kleinen Moment, dass man sagt, ach Mensch, schade zum letzten Mal, hatte ich doch lieb irgendwie und hat mir Spaß gemacht. Ja. Aber dann kommen immer wieder neue Sachen. Das ist halt in unserem Beruf so, ja. Das von einem nimmt man Abschied und dann winkt schon das andere. Und dann freut man sich natürlich auch wieder auf neue Sachen. Also, was mich mal interessieren würde, ist, was war überhaupt der Grund für den Wechsel des Synchronsprechers? Also, der Grund sitzt bei mir zu Hause, ist mittlerweile 18 Jahre alt und heißt Jakob. Es war einfach so, dass ich eben bei den letzten Zählmann-Lermund-Folgen, die ich gesprochen habe, hochschwanger war und genau in der Phase von den nächsten Folgen eben mein Kind bekommen sollte. Und sowieso schon jeder der Meinung war, wenn dieses Kind rauskommt, würde es als erstes sagen, Mondstein, flieg und zieh! Und hat es zum Glück nicht gemacht, ist aber trotzdem blond geworden, was mich sehr gewundert hat. Aber ich wusste einfach gar nicht, was da auf mich zukommt. Also ich wusste schon, dass ich wusste, was rauskommt, aber ich wusste nicht, wie viel Arbeit. Ich wollte einfach nicht sofort von morgens bis abends wieder im Studio stehen. Und dann habe ich einfach meine Kollegin Ines Günther angerufen und habe gefragt, hat er erzählt von der Serie und dass es zwar lustig ist, ob sie die nicht einfach übernehmen würde, weil ich auch gedacht habe, sie passt perfekt darauf und dann haben wir es eigentlich vorher schon unter uns ausgemacht und dann habe ich das Studio angerufen und habe gesagt, ich möchte sie nicht weitersprechen oder ich kann sie im Moment nicht weitersprechen wegen meinem Baby und dann hat es die Ines übernommen. Hallo, haben Sie Redensarten, die Bani in der Serie benutzt, auch im Alltag verwendet? Ich habe mir vorgestellt, jetzt geht beim Putzen. Nein, eigentlich geht es eigentlich nichts ein. Na ja, also ich glaube, wenn man so auf der Straße Mondstein, Sieg und Flieg schreien würde, dann würden vielleicht manche Leute irritiert reagieren. Natürlich gibt es Sätze, die auch im Privatleben vorkommen, aber ich glaube nicht viele. Also die typischen Bani-Sätze, die kann man im Alltag nicht unterbringen. Aber manche Ausbrüche, durchaus. Ich meine, so ein Nebeltag, wenn man so die Fenster aufmacht, könnte man schon sagen, macht der Mondnebel, macht auf! Aber ob es passiert, ist eine andere Frage. Kommt es auch mal vor, dass man nach der Beende von der Aufnahme von der Folge vielleicht Schwierigkeiten hat, aus den Charakteren heraus zu kommen, aus der Rolle? Nein. Also, ich glaube, ich spreche uns beide. Es ist einfach wirklich so, man spricht jeden Tag eine andere Rolle und man muss einfach, man lernt das auch. Aber es ist auch so, man spricht dazwischen auch ganz normal. Es ist nicht so, dass man, wenn man jetzt einen Satz gesprochen hat, dass ich dann rausgehe und zu einer Kollegin sage, oh, das war wieder anstrengend heute. Also ich spreche dann einfach ganz normal und ich glaube, das wäre wahnsinnig schrecklich, wenn man ständig so weitersprechen würde und ich glaube, ich wäre dann auch nicht verheiratet. Im Gegenteil, wir würden zu Hause rausfliegen. Noch jemand? Ah, hier. Aber eine Treue. Eine habe ich noch. Sailor Moon war ja damals in Japan, als es entstanden ist mit der Serie, ein relatives Mammo-Projekt. Also wenn man bedenkt, wie viele Folgen dann kürzester Zeit produziert wurden, war das ja für alle Beteiligten schon irgendwie ein höheres Stresslevel. War von diesen etwas andersartigen Arbeiten in Deutschland überhaupt was zu merken, als die Serie zum Synchronisieren hierher kam oder war das ein Projekt wie jedes Andere? Nee, das hat die Sabine ja vorhin schon gesagt, dass man am Anfang, also wir haben sowas wie Sailor Moon tatsächlich bis dahin noch nicht zu sehen bekommen. Das ist schon besonders mit diesen, ja, mit diesen, mit diesen Enkblasen und mit diesen, ja, wirklich sehr exaltierten Gesichtsausdrücken und Zeichnungen und wie die Sabine schon gesagt hat, manchmal ist ja nur ein Mund zu sehen und also man musste sich da schon richtig dran gewöhnen und es war wirklich schon anders. Aber von dem Stresslevel aus Japan bekommen wir natürlich nichts mit, weil die Folgen, die kamen bei uns fertig an und ja, wir haben die fertig übernommen und so synchronisiert wie alles, aber es hat eine Weile gedauert, bis wir das so verstanden haben, wie es gemeint war. Eins wollte ich noch erzählen, wir hatten das Glück, dass wir damals einen Regisseur hatten, den Matthias von Stegmann und der ist Halbjapaner und das Lustige eigentlich, der Running Gag war im Studio, dass wir irgendwas sprechen wollten und Matthias sagte immer, du, da muss ich nochmal reinhören, da höre ich nochmal, was der sagt und dann haben wir das nochmal im Original angehört und haben gesagt, und dann habe ich mir gedacht, da ist ein aber mit drin. Und das war für uns immer sehr lustig, weil wir kein Wort verstanden haben und dadurch aber schon jemanden hatten, der uns auch viel erzählt hat über die japanische Art und Weise und wie die Japaner leben und er hat uns auch viel erklärt. Also das sind einfach Dinge, die passieren in den Innen der Serie, die wir nicht so verstanden haben am Anfang, was die für Japaner bedeuten. Also z.B. auch dieses, wenn jemand jetzt hinfällt und die anderen gleich erholten, das ist wirklich so was, dieses Schamgefühl oder die Dinge. Also da hat er uns viel darüber erzählen können. Noch eine Frage? Ah, ein, zwei, drei. Gut, aber ich habe sie zuerst gesehen mit dem Bluffinger. Hallo, mich würde mal interessieren, was mehr Spaß macht. Also wenn man eher so das Magical Girls-Sachen synchronisiert, das ist ja so was wie Sailor Moon, du du nie. Oder dann doch eher so was für Jungs wie One Piece. Muss ich auch durchfahren. Ähm, also es ist ja so, wenn man jetzt für Jungs dieses One Piece, also ich meine, da war ich zum Mikami, war ich da. Es ist natürlich so, ich spreche dann doch immer Mädchen. Also irgendwie kann ich es mir immer wieder zu eigen machen, dass es dann doch irgendwie was für mich ist, weil es ja doch eine Frau ist oder ein Mädchen oder irgendwas. Man hat so Rollen, die mag man ein bisschen lieber. Also das ist jetzt in dem Fall jetzt von denen dann noch Sailor Moon, weil die noch mehr für mich noch mehr Charakter hat, als diese Kam jetzt. Aber man versucht es natürlich immer so gut wie möglich zu machen und sich immer ein bisschen zu eigen zu machen auch. Ja, bei mir ist das ein bisschen anders, weil ich ja doch sehr viele Junge auch in der Stimme habe. Und dann auch manchmal einfach die Jungs spreche wie One Piece. Und zu One Piece habe ich nochmal einen besonders starken Bezug, weil ich da einfach zig, zig, zig Folgen geschrieben und Regie geführt habe. Und dann, wenn man die Regie führt bei solchen Dialogaufnahmen, da muss man noch ein sehr viel umfassenderes Wissen einfach über die Serie haben. Sonst kann man die Charaktere nicht zusammenführen. Und dadurch ist mir One Piece schon auch sehr, sehr ans Herz gewachsen. Aber sprechen tut man eigentlich alles gern, weil man, also ich zumindest, weil man wirklich jede Seite von sich einfach zeigen kann. Mal den Jungen, mal das Mädchen, mal die Heldin, mal die Heulsauce, das ist alles drin. Und das ist ja auch das Schöne an dem Beruf. Also, Sie haben ja schon gesagt, dass es in Japan, dass es da manche Eigenarten gibt, in Redenswendungen etc. Wie haben Sie das so aufgenommen mit dem japanischen Humor, der jetzt auch bei Selamon mit dabei war? Fanden Sie da mal das auch lustig? Oder haben Sie sich da nur gedacht, dass es halt total schlecht ist oder keine Ahnung? Also, ich habe das große Glück gehabt, mal in Japan gewesen zu sein. Und dann versteht man davon schon etwas mehr. Also, viele Japan-typische Eigenschaften sind, wie die Sabine gesagt hat, da schon drin. Und mir gefällt das sehr gut. Also, es ist einfach, ja, es ist halt was anderes, aber es ist schon schön und interessant, da ein bisschen Japan wiederzufinden. Also, mich hat das sehr beruhigt, das Japan überhaupt. Also, ich fand das ganz toll. Und ja, das da wiederzufinden, war schön. Also, ich habe mich am Anfang, wie ich vorher schon, ein bisschen daran gewöhnt, wir standen ja wirklich zum Teil da, was ist das jetzt oder was machen die da jetzt? Aber dann eben auch durch die Erklärungen von dem Regisseur, von der Matthias von Stegmann eben dann, wenn man die Dinge dann versteht, warum es so ist, dann auf einmal sucht man richtig während den Arbeiten auch danach, wo ist wieder irgendwas oder diskutiert auch drüber. Und dann fand ich das sehr interessant. Eins wollte ich noch sagen. Also, ich weiß nicht, ob das noch so ist. Es ist lange her, dass ich in Japan war. Aber die Japaner sind wirklich, also auch wenn man nach, also ich kenne auch Thailand oder so, die Japaner sind wirklich nochmal ganz anders als wir. Also, und das ist wirklich das Spannende. Ja, das ist, wir haben ganz eigene Gesetze, sag ich mal, oder? Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und das kommt da rüber und ein Stück davon ist halt jetzt auch bei uns. Auf dieser Ecke sprudelt die Frage noch. Also nochmal hier. Mich würde es interessieren, wie Sie den heutigen Tag, was Sie vom heutigen Tag mitnehmen. Diese ganzen Cosplayer, die ganze Kultur hier. Wie, was für einen Eindruck hat es Ihnen für Sie gemacht? Ich bin überwältigt. Das haut mich richtig aus den Socken. Ich finde es total super. Und, ähm, also die vielen Kostüme und eigentlich alles. Alles, euch alle. Ich würde auch wahnsinnig gerne, wenn ich darf jetzt mal mit meinem Smartphone hier nach vorne ein Foto machen, weil ich es einfach ganz toll finde. Seid ihr einverstanden? Ja. Ja. Okay. Ich bin auch, also ich habe es jetzt ja schon öfter miterlebt. Ich war schon öfter in Leipzig auch und habe immer wieder die Kostüme bewundert. Und also schon heute saß ich in der Straßenbahn hierher. Und ich kam mir vor, als wäre ich die Einzige, die hier falsch am Platz ist. Weil ich die Einzige war, die, glaube ich, nicht verkleidet kam. Und, ähm, ich finde es auch rombastisch. Und wir haben schon beide gesagt, wir haben es total bedauert, dass wir unsere Kameras, unsere richtigen Kameras nicht dabei haben, um jeden von euch zu fotografieren. Meine Kollegin hat ein Foto. Genau neben dir. Genau neben dir. Ich würde noch eines interessieren. Ich weiß, es ist sehr lange her, aber an welchen markantesten Moment erinnert ihr euch an eure Zeit als Sailor? Also ein Satz oder emotionaler Moment oder lustigster Moment? Um ehrlich zu sein, möchte ich am liebsten eure Outtakes gerne mal hören. Ja. Das klingt jetzt, glaube ich, blöd, wenn ich das sage, aber ich sag's jetzt einfach mal. Ich kann mich am besten an den Satz meiner Kollegin, äh, Stefanie Kellner erinnern, die auf einmal, wir standen so und haben geredet und auf einmal sagt sie so, SZ-Schnitten. Und ich sag so, was? SZ-Schnitten. Und ich liebe SZ, ich weiß nicht, kennt ihr SZ-Schnitten? Diese Schokoladendinger. Und ich hab gesagt, mit Butter auf Semmel. Und wir haben mittendrin auf einmal, uns ist das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ich weiß nicht, was sie im Bild gesehen haben, warum sie auf einmal bei Sailor Moon während der SZ-Schnitten gedacht hat. Aber wir haben am nächsten Tag haufenweise Brötchen, also Semmeln und Butter und SZ-Schnitten mitgebracht. Und es gab ein riesen Sailor Moon SZ-Schnitten essen. Ansonsten natürlich erinnere ich mich ganz gerne auch daran, das Schönste an Sailor Moon war eigentlich, dass wir zu der Zeit noch alle zusammen aufgenommen haben, dass wir die ganzen Kriegerinnen zusammen nebeneinander im Studio standen und alle ihren Spruch gesagt haben und man auch gelacht hat, wenn sich der andere mal verhaspelt hat oder einfach mal so. Es war einfach eine sehr, sehr lustige und schöne Zeit. Und was jetzt einfach anders ist, ist, dass wir alle alleine aufgenommen werden, wenn wir im Studio sind. Das hat den Vorteil, dass wir alle schneller fertig sind, nicht so den ganzen Tag da rum sitzen. Aber der große Nachteil ist, dass es sehr viel Spaß auf der Strecke geht. Ja, und das ist jetzt mein Teil der Serie. Bei mir wurde das da schon so aufgenommen. Also ich war wirklich ganz allein und hab die Sailor Moon allein gesprochen, nur mit der Regie. Und da gibt's, also dann ist man natürlich auch sehr viel konzentrierter, sag ich mal, und macht das alles schön hintereinander weg. Aber es ist lange nicht so lustig. Ja, und also ich fand die alte Art zu arbeiten auch viel schöner. Ja, man hat sich gegenseitig angesteckt und vieles ist sicher auch lebhafter geworden oder? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren Kollegen und Kolleginnen von damals? Ja, immer wieder. Also das ist auch was sehr Schönes in unserem Beruf. Man sieht sich immer wieder und nahezu nie in derselben Konstellation. Und das ist ganz toll. Man freut sich immer, wenn man sich sieht, aber man kriegt sich nie satt. Weil man sich immer, ja, mal ist der dabei, mal ist der dabei. Dann hat man einen anderen Toningenieur, dann hat man einen anderen Cutter, dann hat man einen anderen Regisseur. Und dann begegnet man sich auf dem Flur und ach du hier auch und so. Also ja, man hat Kontakt natürlich. Man muss auch dazu sagen, die Liege der Synchronsprecher ist nicht sehr groß. Also es gibt ja eigentlich auch nicht so viele Städte, die jetzt synchronisieren. Also Berlin, dann kommt München, Hamburg, Kölf, ein bisschen Frankfurt. Aber es ist ja auch so, dass, und in München sitzen einfach nicht so viele. Es gibt von uns tatsächlich nicht so wahnsinnig viele. Und dadurch ist es so, dass bei den meisten Produktionen, also wir kennen uns alle untereinander. Es kommt dann mal ein neuer dazu, aber dadurch... Da arbeitet man auch immer wieder mit den selben Leuten zusammen. Und das ist sehr schön eigentlich. Gibt es noch Fragen? Sachen, die ihr immer wissen wolltet? Ist das jetzt die Gelegenheit? Ja, jede oder alle. Ich würde gerne wissen, wie Sie damals zum Synchronisieren gekommen sind. Mit dem Auto. Das stimmt gar nicht, weil ich konnte noch gar nicht Autofahren. Also bei mir war das so, ich wollte schon als ich sechs Jahre alt war, wollte ich Schauspielerin werden. Und ich habe mich schon immer für alles interessiert, was damit zu tun hatte. Und ich hatte aber in meiner ganzen Verwandtschaft, Bekanntschaft keinen einzigen Schauspieler und niemanden, der mich da hätte irgendwo reinbringen können. Und dann bin ich eines Tages an einem Schild vorbei gelaufen. Da stand dran, FFS, Synchronstudio. Da bin ich da rein und habe mich vorgestellt. Und dann durfte ich auch kurze Zeit später tatsächlich mal so Autofahren mit sprechen. Und dann kam die Geschichte von meinem ersten Satz. Und mein erster Satz war im Western. Und ich habe das Mädchen gesprochen auf kleine Kind, die Tochter und der Vater ist davon geritten durch die Prärie. Und ich sollte sagen, ich habe gesagt, wird Daddy recht bald wieder zurückkommen? Und mir war nicht klar, dass ich ein bayerisches rollendes R habe. Und ich eigentlich auch so ein bisschen bayerisch gesprochen habe. Und mir war auch nicht klar, dass das für Synchron überhaupt nicht geht und gar nicht funktioniert. Ich habe mich dann umgedreht und durch die Scheibe geguckt, wo normalerweise Regie und Ton sitzen. Und die waren nicht mehr da, weil die lagen nämlich vor Lachen. Und dann haben sie immer gesagt, ich muss sagen, zurück, zurück. Ich muss meine Erne hier hinten formen. Und dann habe ich gesagt, zurück, zurück, zurück. Und ich glaube, ich bin raus. Und die haben es bestimmt mit jemand anderem nochmal aufgenommen, weil das ging so gar nicht. Und ich war total verzweifelt und habe dann aber sofort Phonetikunterricht genommen und Schauspielunterricht. Und habe das immer weiter vorangetrieben und hatte dann in kurzer Zeit nochmal zum Glück die Chance. Und ja, und habe mir mein bayerisch dann abtrainiert. Also bei mir war das anders. Mein Vater war Filmkaufmann und meine Mutter Katharin. Und da hatten die anscheinend vielleicht auch so ein Mädchen, das nicht sprechen konnte im Studio. Und ich war mit meiner Mutter im Schneideraum im selben Haus. Und das war ein sehr schwieriger Satz, den das kleine Mädchen sagen sollte. Und die hat sie nicht rausgebracht. Und dann haben sie mich geholt und ich habe ihn auch nicht rausgebracht. Aber ich weiß noch, wie der Satz hieß. Das war ein italienischer Film. Und der Satz hieß, ist das Sicurie Maestro? Und ich glaube, ich war drei oder vier Jahre alt. Ist das... Also es ging überhaupt nicht. Und ich habe mich aber wohl so niedlich angestellt und das so verzweifelt versucht. Und immer wieder auch gekämpft, dass sie dann in dem Moment, wo ich ordentlich sprechen konnte, so mit fünf, sechs Jahren, also als es dann besser ging, haben die mich immer wieder geholt. Und das hat sich dann entwickelt. Ich habe dann als Kind eine Rolle nach der anderen gesprochen. Und viele, viele, viele Serien als Kind gesprochen. Und als ich dann älter wurde, habe ich dann auch beschlossen, dass ich das auf vernünftige Beine stelle. Und das hat Schauspielunterricht genommen und Sprecherziehung und so weiter. Und ja, so hat sich das ergeben. So, kommen noch Fragen? Welts B? Hallo erstmal. Wie hält man denn auch die Übersicht über die ganzen Rollen, die man spricht? Hat man da irgendwie als Sprecher selber eine Idee von? Also, führen Sie Listen irgendwie? Weil es gibt ja diese Synchronen-Kartei. Gucken Sie da selber auch mal rein? Ne, das machen die netten Fans für uns inzwischen. Also, wenn ich in Google meinen Namen eingebe, dann weiß ich sofort, was ich alles gesprochen habe. Aber ich musste es ja eigentlich auch nicht wissen. Also, ich habe natürlich schon so eine Referenzliste, wo die großen Rollen drauf sind. Aber es sprechen ja auch ganz, ganz viele kleine Rollen und die vergisst man einfach tatsächlich dann irgendwann. Aber Selamon haben Sie nicht vergessen. Nein, das könnten wir gar nicht. Denn die großen Rollen, die weiß man natürlich einfach. Und es gibt aber immer wieder auch Momente, wo man irgendwas im Fernsehen anschaut. Und auf einmal denke ich mir komisch, irgendwie kommt hier die Szene bekannt vor. Und irgendwie habe ich sowas schon mal gesehen und dann macht derjenige den Mund auf und spricht mit meiner Stimme. Und ich bin dann total überrascht. Also, es passiert mir ganz oft, dass ich gar nicht mehr weiß, wo man letztendlich mitgesprochen hat. Weil oft im Studio hat man auch nur den Originaltitel von dem Film oder der Serie. Und das heißt dann ganz anders im Deutschen. Deswegen, man kann sich über die vielen Jahre gar nicht alles merken. Oder der Sohn sagt, Mama, du bist im Fernsehen. Werden Sie manchmal im Alltag auch erkannt und darauf angesprochen? Oder ist das gerade auch, weil Sie ja Kinder haben? Wie ist das da? Also, man wird nie erkannt, wenn es nicht einer dem anderen irgendwie erzählt. Also, mir ist das noch nie passiert. Und das liegt natürlich auch daran, dass man natürlich nicht zum Metzger geht und sagt, Ich hätte gerne 200 Gramm Gelbwurst. Dann würde der Metzger wahrscheinlich sagen, Hey, sprechen Sie nicht sehr lange. Lisa Simpson. Aber da man ja doch anders spricht, wird man nicht erkannt. Natürlich passiert es mir öfter, dass meine Kinder das in der Schule auch mal erzählen. Und dann kam eben neulich auch ein Freund von meinem Sohn und der sagt, Hey, sprechen Sie echt die Lisa Simpson? Und ich sagte so, ja. Das hätte ich Ihnen jetzt gar nicht angesehen. Zum Glück, weil sonst wäre ich ja Gelb oder so. Das wäre nicht schön, glaube ich. Ne, das wäre nicht schön. Nein, also die Einzigen, die was erkennen, sind dann die Kollegen. Wo man dann in ein anderes Studio geht und sagt, Ach, ich habe dich gehört, du hast das und das. Also, die haben natürlich ein anderes Ohr dafür. Aber sonst, beim Einkaufen oder so. Ne, mich hat noch nie einer gekannt. Noch jemand? Rechts. Oh, die reicht der Ecke, ja. Die Bekanne reicht der Ecke. Wie ist eigentlich die Resonanz von Ihrem Umfeld, von den Leuten, die wissen, dass Sie sehr darüber gesprochen haben? Also, mit welcher, ja, Meinung werden Sie da, oder, ja, die Resonanz auf jeden Fall? Ähm, also, ich sag jetzt mal, mein Bekanntenkreis ist nicht wirklich die Zielgruppe von Sailor Moon. Ähm, vielleicht die Töchter von Bekannten, die kennen das. Und die sagen dann, klar, ah, du bist ja cool. Aber sonst, ähm, ne, mein Bekanntenkreis guckt es nicht viel, ne. Also, da sind sie eher auch wirklich die, ähm, Freunde meiner Kinder, die dann einfach mal, äh, da stehen und sagen, äh, sprichst du mal wie Lisa Simpson, sprichst du mal wie der, sprichst du mal wie Sailor Moon. Ähm, dann macht man das mal und dann ist es aber auch, ähm, okay. Also, die kommen jetzt nicht jedes Mal, wenn sie zu uns nach Hause kommen, alle sagen, sprich doch noch mal, sprich doch noch mal. Ähm, man macht das einmal und dann, äh, war es das eigentlich auch. Und jetzt so mein Bekanntenkreis, ähm, also meine Freunde, die, die wissen einfach auch, was man an Arbeit ist. Es ist, glaub ich, jetzt auch so, wenn man jetzt einen Freund hat, der Arzt ist, dann fragt man auch nicht jedes Mal diesen Freund, und wen hast du heute wieder aufgeschnitten? Also, das ist so, ähm, ja, das ist dann einfach ganz normal. Hallo. Ähm, sprechen Sie die Serie sieben Tage die Woche oder wird immer eine andere Serie am Tag verkauft? Also, das kann man so gar nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es nicht so ist, dass wir, auf jeden Fall so, dass es nicht so ist, dass hier, kommt der Satz, das wird erzählen ja immer, ähm, dass wir jeden Tag, jede Woche, jeden Monat Sailor Moon sprechen. Oder Simpsons sprechen. Also, das ist ein ganz kleiner Teil. Ich weiß nicht mehr, wie viel Sailor Moon war damals auch, das waren immer so, äh, immer ein Block. Also, ein Block von, weiß ich nicht, sechs Folgen und dann war wieder drei Wochen Pause, dann kamen wieder sechs Folgen oder irgendwie so. Ähm, oder Simpsons, da ist es auch so, da spreche ich zwei Staffeln pro Jahr. Ich habe, also bei Simpsons weiß ich etwas genauer, sind es ungefähr zehn Arbeitstage pro Jahr für die Simpsons. Und es ist aber nicht so, dass ich den Rest der Zeit frei habe, sondern da spreche ich eben dann alle anderen Dinge oder ich schreibe ja auch Bücher oder, ähm, genau, da macht man dann eben alle anderen Dinge. Sabine hat eigentlich alles gesagt. Also das ist, ähm, ja, immer begrenzt, zeitlich begrenzt. Es sind immer ein paar Tage hintereinander und dann hat man wieder ein anderes Projekt. Sie hatten am Anfang Sprachübungen erwähnt, die Sie so, äh, vom Sprechen machen. Könnten Sie da spontan eine vormachen? Ja, inzwischen, ich muss jetzt kurz was dazu erzählen, inzwischen geht es ja, wo jeder mit dem, mit dem Handy im Auto telefoniert oder eine Freisprechanlage hat. Also, früher, stand man an der Ampel und hat Wabe, 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 Wabe. Und dann guckt man nach rechts oder nach links und da steht einer, der denkt sich, die Alte hat einen Schoss. Die redet sich mit sich selbst. Also, da hat man das dann mehr während der Fahrt gemacht oder lalalalalalala Das macht man halt dann, also in meinem Fall, zwanzig Minuten Anfahrt oder eine halbe Stunde Anfahrt, und dann ist die Stimme fit. und man kann auch so ein bisschen für die Stütze, so ein bisschen, dass die Stimme schön getragen wird. Auch man für die Bühne ist beim Synchron, schadet es aber auch nicht, wenn man so ein bisschen Technik hat. Das dauert so, ich würde sagen, zwei, drei Jahre oder je nachdem, wie intensiv man das macht und dann hat man die Stimme gut im Griff. Aber man muss sie trotzdem elastisch halten, immer wieder. Also ich führe inzwischen sehr viel Regie und dann merke ich oft, dass ich wochenlang eben nicht synchronisiere, sondern nur hinten sitze und zuhöre und dann merke ich, wie das alles so ein bisschen einrostet. Man muss das fit halten. Meine Lieblingsübungen, die machen wir jetzt mal alle, weil wenn ich sie alleine mache, sieht die immer so blöd aus. Und zwar ist die ganz einfach. Eins, zwei, drei. Und dann wird alles ganz locker und dann sitzt es irgendwie schon. Und das ist auch eine ganz tolle Gesangstunde. Und das waren noch alle Sänger. Und ja, das finde ich auch jeden Tag. Hört man mich? Ja. Ich hätte da noch eine Frage, beziehungsweise eine kleine Bitte. Ich glaube, ihr alle wartet irgendwie auf diesen Moment drauf, mal eine Kostprobe zu hören, oder? Ich würde einfach bitten, wenn es ginge, einfach einen der Sätze von Seelungen zu sagen, die wir alle kennen. Mein Verwandlungs- oder ein Attackenspruch. Bei Sabine, ich denke, die zweite Attacke bei den Mondsteinen haben wir schon oft gehört. Aber dieses Macht des Mondes, verwandle sie zurück. Das würde ich gerne in ihrer Seelungen stabilisieren. Das wäre die Macht des Mondes, macht auf, haben wir immer noch gesagt. Das ist der Verwandlungs- oder Attackenspruch mit dem Zepter heißt. Ich mache auch Macht des Mondes, macht auf. Macht der Mondnebel. Macht der Mondnebel. Also was wollen wir jetzt sagen? Was wollen wir zusammen sagen? Nein, nein, Sie sagen. Ja. Ich will nur hören und dann nicht machen. Macht der Mondnebel, macht auf. Macht der Mondnebel, macht auf! Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Ja, genau. Und bei Ihnen war es, nehmen wir einen aus der dritten Staffel. Macht der Mondherzen, macht auf. Macht der Mondherzen, macht auf! Macht der Mondherzen, macht auf! Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen! Danke. Das fand ich einen sehr schönen Abschluss. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt. Eine letzte, ansonsten. Ich bedanke mich nochmal bei Frau Sabine Bohlmann, die hat dann sehr laut nun gesprochen in der ersten Staffel und dann bei Frau Innes Günther, die dann die Staffel 2, 3, 4, 5 gesprochen hat. Ich bedanke mich bei euch allen. Es ist sehr schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich hoffe, das hat euch genauso gefallen, wie es mir gefallen hat. Euren Applaus. Vielen, vielen Dank. Selormunds Staffel 1 ist jetzt komplett raus und auf dem 28. April kommt Selormunds Staffel 2 auf DVD. Und tschüss. das. Und ich wünsche euch allen